Liebe Besucher unserer Kongressen und Konferenzen GTV, ihr seid herzlich eingeladen. Was wir anbieten für Besucher unserer Kongresse, ist erstmal, dass ihr im Voraus schon die Referenten kennenlernen könnt, weil wir werden von den meisten Referenten schon eine Videoaufzeichnung in unserer Internetseite sehen. Das heißt, ihr könnt bequem von zu Hause schon vorfühlen, die Themen anfühlen, an welche ihr auch Interesse habt. Nummer 1. Nummer 2. Habt ihr nicht die Möglichkeit zu kommen, ihr könnt bequem von zu Hause aus unsere Kongressen und Konferenzen verfolgen, mit einem kleinen Beitrag, sehr klein. Und habt ihr etwas verpasst, ihr müsst nicht den ganzen Tag schauen, kennt ihr natürlich nachträglich alle anderen Vorträge und Konferenzen über unsere Kanäle, jederzeit, Tag und Nacht, wieder nochmal schauen, vorspulen, zurückspulen. Und das ist ein Angebot, das wir einfach für euch haben. Und gibt es etwas Besseres? Okay. Meldet euch über unsere Internetseiten und wir wünschen euch viele Erkenntnisse.